Du, ich und alle 8 Milliarden Menschen auf der Welt tun es. Jeden Tag. Wir alle müssen auf die Toilette. Als Filmemacher, der sich mit Umweltthemen beschäftigt, bin ich neugierig geworden. Wo landen unsere Kackwürste eigentlich am Ende? Und was passiert mit den Schwermetallen und anderen Giftstoffen? Sind sie noch im Klärschlamm? Die Kackwürste kam von sledgebreden. State CDC sendt uns an e-mail stating that we were not to drink the water, drink the milk, or eat the meat. Poisoning our land will have a greater human toll. It comes down to money and politics. Using human manure is a solution. This proves it's possible to make shit into soil. Es ist schon beachtlich, dass das vor nur wenigen Wochen menschliche Scheiße war. Fissers in plant is in abundance. Which is actually being wasted up to now. Africa is going down if we don't adopt such ideas of the compost. Let's put the poop back into the loo. Last uns eine Toilette-Revolution begin. Untertitelung des ZDF, 2020